Wir sind hier heute auf der OTS Championship in Darmstadt, Pascal, bei dir lief gut, stabil, dann zeig uns doch mal dein Deck. Also ich hab Kasch gespielt, 3 Unicorn, 3 Fendme, Sprite Rise, 3 sind zuviel, 1 Scareclaw, Kasch, 1 OGA, dazu 1 S-plus und 1 Handtrap und gar ein bisschen den Mods zu brechen. Dann 3x Planets, 3x Theosis, 3x Birth, 1 Terraform, 3 Prosperites, waren offensichtlich, Lens, Book, Kamut, 1 Big Bang, 1 Prep und 3 Ebenis. Ebenis würd ich nicht nochmal geben, keine Ebenis, maximale Zeit. Dann extra Decks sind 3 Rites, 2 Ebenis, 2 Big Bang, 2 Souls, 1 Diablo, 1 Finsterwaffe, 1 Dracosec, das ist vielleicht so Finsterwaffe, aber halt kommt manchmal auf, Baron, Donner und Goliath. Ja, genau, extra Deck was, was das klappt, würd ich glaub ich wieder so machen. Dann Side-Decks sind 3 Bell, kamen heute mega gut auf, sind halt wichtig wegen allen möglichen Match-Ups, außer Mirror, dann 3 Droll, unglaublich wichtig. Dann ein Pack-Ups, wurde klar, wir haben heute ein Game gewonnen, Fetterduster, nicht gezogen, 3 Cosmix, waren auch nicht gezogen, dann eine Pointer und 3 Relicator, die haben ja alle Spiele gewonnen. Ja, mein einziger Loss war gegen Naturia Roonic und das auch nur, weil ich ihm vorher im Auto erklärt hab, genau wie man bei Bord bricht, falls es gegen andere aufkommt, aber es kam halt gegen mich auf und dann hab ich halt verloren und bin deswegen nur 4. geworden. Wie kamen die Gamesi jetzt? Die waren super und Gamesi hat halt den Vorteil, dass ich direkt in der Battle-Face drüber rennen kann mit einem Main-Deck-Hash-Monster, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich vielleicht noch mal Spiele-7er-Kaitos ausprobiere, muss ich mal gucken. Aber sonst würde ich die auf jeden Fall nochmal spielen, irgendwelche Kaitos, was man halt hat. Top, möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, Grüße an Lennart, der mit mir hauptsächlich das Deck gebaut hat und Grüße an Tim und Kim zu Hause, die mich täglich ertragen müssen, wenn sie gegen das Deck spielen. Die können es einfach nicht mehr sehen, ich hätte jetzt auch ein anderes gegeben. Okay, top. Ja, dann Shoutouts auch noch an Crossroads in Bad Nauheim, an den Sponsor von Spot Squad Gaming und ja.